Hey, was machst du? Hm? Hey du, was schleißt du hier rum? Äh, warum schaust du so besorgt? Was hattest du da drin zu suchen, hä? Gold. Und? Schinken. Willst du Schinken? Hier dein Schinken. Der Schinken ist verteilt. Lass mich bloß in Ruhe. Ich freue mich auch dich zu sehen. Ich sagte, raus! Ja, ja, schon klar. Willst du dich schon wieder mit mir anlegen? Kann sein. So ein dämliches Arschloch. Freund. Nein. Warum nicht? Sieh zu. Und wo? Ah, Morassul. Gold, Geschäfte und kühles Bier. Ich glaub dir kein Wort. Aber was mich gerade viel mehr interessiert. Was ist mit Läster? Willst du dich etwa auch über das Essen beschweren? Mhm. Um ehrlich zu sein, stirb! Scheiße! Nichts wie weg! Ja? Mach, dass du wegkommst! War doch ein guter Kampf. Hier wird nicht gekämpft, klar? Verstehe.